Tadaa! Moin moin und herzlich willkommen! Ein neues Kinderüberraschungsei Unboxing. Diesmal drei Eier aus der Serie Ü-Ei für Mädchen aus dem Jahr 2014. Das erkennt man jetzt daran, weil hier hinten diese Fan-Aufkleber dabei sind. Und deswegen ist es aus dem Jahr 2014, denn in dem Jahr 2013 gab es diese Sticker noch nicht. Gut, dreimal Mädchen erkennt man immer an dieser Färbung hier oben, in diesem rosa-pink. Das heißt, da sind andere Figuren drin, als in der Hauptserie für Jungs und für alle. Und ja, in der Serie für Mädchen waren, glaube ich, Disney-Figuren drin. Wollen wir nicht lange um den heißen Bei herumreden, fangen wir mal an zu schütteln. Die Eier sind leider alle ein bisschen demoliert. Das hängt damit zusammen, da sie ein bisschen gestapelt im Schrank lagen. Hier auch platt. Und es wurde sehr warm den einen oder anderen Tag. Und das haben dann die Ü-Eier mit der Belastung nicht mitgemacht. Macht aber nichts, sind auch nur die einzigen drei, die so aussehen. Ich werde hier mal, achso, schütteln. Ja, okay. Den Punkt immer hinten so ein bisschen aufbewahren. Und das Ei ist in der Tat auch immer noch ein bisschen warm. So. Okay, und dann mal schütteln, was hier in diesem Ei sein könnte. Äh, nein. Und zwar ist hier ein, so eine Art Tierchen drin. Und zwar aus der Serie Cartoons. Hab ich den FT-005. Ja, keine Ahnung, wie das Tier jetzt richtig heißt. Wer das aussprechen kann, ist, glaube ich, Biologe. Oder Lateiner. Oder wie man das auch übernimmt. So, das war Ü-Ei Nummer 1. Und dann geht es auch weiter mit dem nächsten deformierten Ei. Total plattgelegen auf der Seite. Ü-Ei Nummer 2. Auch hier wieder das erst mal schütteln. Und hier hört man gleich, ah, da ist irgendwas im Argen. Das hört sich komisch an. Auf jeden Fall hört es sich nicht so gut an. Ja, in der Tat. Entweder irgendwas kaputt oder, keine Ahnung, es ist, ah, dieser Brummkreisel, die zeige ich immer ganz gerne. Und zwar handelt es sich hierbei wieder um ein Spielzeug aus der Serie Goom Move. mit der Nummer FT-074A. So, das Ganze sieht dann so aus. Das kann man dann hier, gibt es so einen Aufzieher, das steckt man hier rein, zieht man mit Schwung durch. Und dann dreht sich das Teil. Und wenn man das gegeneinander spielt, das Teil, was zuerst aufgehört hat, sich zu drehen, hier oben rechts, der hat verloren. Gut, das waren jetzt zwei Ü-Ei. Jetzt kommt Ü-Ei, Mädchen Nummer 3. Auch das Ei deformiert hier ganz platt. Da lag es. Und ja, vom Sound her weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut heißen kann. Auf jeden Fall, hier sieht man gleich, total platt, ey. Und wir trennen das Gelbe vom Ei. Ei, ja, ein sehr beliebter Spruch von mir. Auch hier wieder nichts Gutes zu hören. Es ist, oh, was könnte das sein? Ein Pferdchen oben drauf. Ü-Ei für Mädchen. Ich bin ganz gespannt, was das hier sein kann. Habe ich noch nie gehabt. Und zwar, schauen wir mal, Ponys von, steht hier nicht, steht hier nicht. Es sieht wie ein Armband aus, ein Pony-Armband. Jawohl, damit lag ich richtig. Keine besondere Serie. FT-098C, in der Farbe blau. Und dann kann man hier die ganzen Dinge einzeln bekleben. Und auf der einen Seite ist halt dieses Pony-Pferdchen drauf. Gut, das werde ich jetzt nicht machen. Das Video wird dann zu lang und zu langweilig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir eure Daumen und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch so von mir sehen wollt auf diesem Kanal. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.